Hi und herzlich willkommen zum heutigen Spezialvideo. Wir schauen uns heute einmal den Most Hype Coin, derzeit ein und zwar den sogenannten Pepe Coin. Der Pepe Coin, ein, sage ich mal, Shit Coin, welcher im Moment einen extremen Hype genießt, extreme Kursexklusion, ja, sage ich mal, gesehen hat, welche ihr hier auch auf der linken Seite seht. Wir gucken uns heute diesen Coin einmal genauer an, vergleichen das Ganze auch nochmal mit anderen Projekten und schließen dann am Ende ein gemeinsames Fazit. Bevor das Video jetzt aber startet und mal der Hinweis mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zur Trading Team VIP Gruppe, wo ihr alle meine Trades kopieren könnt, meine Investments und noch vieles mehr. Von daher checkt das Ganze jetzt an der Stelle auf jeden Fall einmal ab. Sonst würde ich aber sagen, verlieren wir nicht zu viel Zeit und let's go. Genau Leute, heute soll sich einmal alles um den sogenannten Pepe Coin drehen und wir vergleichen diesen Coin anschließend dann nochmal mit einem anderen Projekt und zwar mit Shiba Inu, was hier eine ähnliche Kursbewegung, sage ich mal, damals vor allem hingelegt hatte und daraus resultierend ziehen wir dann unser Fazit, was ich denke, was mit diesem Coin passiert. Wir fangen jetzt hier aber einmal an, bevor wir das Ganze vergleichen, nur mit dem Pepe Coin. Was ist denn hier passiert? Wir sehen, der Coin hat hier gestartet um den Zeitraum April in diesem Timeframe, sage ich mal jetzt, beziehungsweise hier in diesem Chart und alles in allem ist das Ganze so eine Art Meme Shit Coin. Das Ganze hat zwar auch einen Use Case dahinter, aber alles in allem ein Coin, der hier halt extrem gehypt worden ist. Wenn wir hier mal vom absoluten Low bis jetzt ausgehen, reden wir hier von einer Kurs-Explosion von ganzen 1050%, was ja wirklich extrem, extrem viel in kürzester Zeit ist, geschweige dessen, dass wir nach wie vor nicht im Bullenmarkt sind und so ein Zyklus dann hier doch extrem stark ist. Was ist jetzt hier das Ding, beziehungsweise ja, was ist jetzt hier das Problem, was ich sehe? Erstens, ich persönlich bin kein Freund von solchen Projekten. Generell, ich bin kein Freund von Shit Coins, denn der Name sagt es eigentlich schon, sage ich mal selber, das Ganze hat keinen wirklichen Kontext dahinter. Das wäre genauso, wenn ich jetzt zu einem sage, ey, investier doch mal in diese Shit Immobilie oder in diese Shit Aktie. Hier macht in meinen Augen wenig Sinn, aber natürlich verlockend, um das schnelle Geld zu machen. Jedoch ist das an für sich nicht die Ansicht, die ich von der ganzen Branche und von Trading und so weiter und so fort habe. Jedoch will ich das Ganze euch natürlich hier auch nicht, sage ich mal, wegnehmen, sondern ich will natürlich auch darauf eingehen. Wenn wir uns das Ganze einmal angucken, hatten wir hier eine erste Kurs-Explosion von ungefähr 600% bis zum Top und daraufhin hier eine extremen Volatilität, sind hier wieder um die 50% gefallen, ja. Nachdem wir hier sozusagen diese Bull Flag, wenn wir uns das Ganze einmal auch angucken und ja, auch in solchen Coins entstehen sogenannte Muster und sogenannte Patterns, ja, auch hier ist das Ganze, sage ich mal, passiert. Wir haben hier eine Bull Flag geformt, welche daraufhin hier einen Breakout nach oben gesehen hat und dieser ist nach wie vor hier am Pumpen. Wenn man sich das Ganze natürlich anguckt, jetzt zum Beispiel mal aus dem trendbasierten FIP, sage ich mal, gehen würde ja, und sich hier auf diese Zone, sage ich mal, konzentriert, dann sind hier, wie ihr seht, sagen wir mal zum Beispiel, das, ja, sagen wir mal 2,618 Level hier anpeilen, dann sehen wir hier doch schon noch deutlich, deutlich größere Kursanstiege. Das Ganze ist natürlich trotzdem hier in meinen Augen sehr, sehr spekulativ. Alles in allem kann man hier beim Pepecoin direkt jetzt keine TA, also keine technische Analyse in dem Sinne machen, da es hier keine historischen Daten oder sonstige Sachen gibt. Am Ende des Tages ist und fällt dieser Coin mit der Community. Grundsätzlich würde ich hier doch bei solchen Projekten aufpassen. Schauen wir uns im Vergleich jetzt zum Beispiel einmal Shiba Inu an, ein Coin, der damals auch aus dem Nichts explodiert ist, extreme Kurshöhen erreicht hat und anschließend halt dementsprechend auch wieder stark korrigiert hat, da das Ganze damals auch eine Art Shitcoin war. Dieser Coin hat sich natürlich mit der Zeit auch mittlerweile ja entwickelt, jedoch ist es hier in meinen Augen ein ähnliches Szenario und dementsprechend gehen wir jetzt hier einmal rein und gucken uns hier einmal Shiba genauer an. Denn wenn wir uns Shiba hier einmal im Weekly angucken, sehen wir, dass wir hier zu Beginn auch eine Kurssteigerung von um die 1200% hatten und diese Candle hier auch dementsprechend wieder rejected ist. Wir haben anschließend wieder einen Kursanstieg von 1200% sehen können. Dazu muss man aber sagen, das Ganze hier war im extremen Bullenmarkt und nachdem wir diese zwei starken Kerzen haben, sind wir hier kontinuierlich um 90% auch wieder gefallen. Und das ist halt ein Risiko von Shitcoins, denn das ist meistens ein Projekt, was von dem Community-Hype, sage ich mal, gesteuert wird. Ein Projekt, was jetzt nicht den krassesten Use Case hat und dementsprechend mit keinem dementsprechenden Gegenwert zu handeln ist und dementsprechend auch nicht nur von der Community gepusht werden kann, sondern auch gefloppt und gedammt werden kann. Und dieses Risiko sehe ich auch beim Pepecoin. Ja, natürlich ist das Potenzial, dass wir zum Beispiel auch von der jetzigen Stelle nochmal ein 10x sehen, langfristig sehe ich das Ganze jedoch eher als eine Art Flop, so wie es bei Shitcoins im Namen schon steckt. Ihr müsst natürlich selber wissen, wie ihr mit solchen Projekten umgeht. Das Ganze ist eine Art Gambeln, ja, so als würdet ihr ins Casino gehen. Von daher kann ich euch da in meinen Augen kein klaren Advice aussprechen beziehungsweise ich persönlich halte mich von solchen Projekten fern. Alles in allem würde ich sagen, war es das zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen besser die Augen öffnen, wie ich persönlich auf solche Projekte blicke. Ihr könnt natürlich euer eigenes Bild machen. Dann würde ich sagen, war es das zum heutigen Video. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ansonsten lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, ciao.